Heute sprechen wir über Kameras. Kameras? Ja, ihr wisst schon, diese antiken Teile, die man vor dem Smartphone verwendet hat. Denn jeder macht gerne schöne Bilder am Berg. Aber die Frage ist natürlich auch immer, welche Kamera soll ich mitnehmen? Lohnt sich das? Ich bin leidenschaftlicher Fotograf. Ich fotografiere gerne am Berg mit großer Kamera, kleiner Kamera, Smartphone und so weiter. Und welche Kamera ich mit habe, hängt vor allem davon ab, was ich fotografieren will und wohin ich eigentlich unterwegs bin, also ob sich der Aufwand letztlich auch lohnt. Aber viele von euch wissen vielleicht gar nicht, wieso es sich manchmal nicht doch lohnen könnte, eine größere Kamera mitzunehmen und nicht nur einfach das Smartphone. Klar, das Smartphone ist genial. Man hat sowieso dabei und mittlerweile machen die ja auch ganz coole Bilder eigentlich. Doch das hängt natürlich auch ganz stark vom Smartphone selber ab. Mein P30 von Huawei macht beispielsweise extrem gute Bilder. Das Bild hier im Hintergrund ist auch mit diesem Handy gemacht. Aber manche Smartphone Kameras erinnern mehr an Fotos aus einem Toaster als aus einer Kamera. Insofern zeige ich euch heute meine drei Wege, wie ich das Thema angehe. Außerdem erkläre ich euch auch die Technik dahinter, aber nicht so im Detail, dass ihr euch das Video zum Einschlafen anschaut, sondern nur so, damit ihr auch versteht, warum ich sage, was ich sage. Aber das hier ist glaube ich kein Setting für solche Themen, oder? Es wird Zeit für den Techniktisch. So, endlich wieder Techniktisch. Und diesmal nicht mit einem Schuh, sondern mit ganz vielen verschiedenen Kameras. Und bevor wir damit anfangen, was die einzelnen Vor- und Nachteile dieser Kameras gerade für die Landschaftsfotografie und für die Fotografie am Berg tatsächlich sind, möchte ich hier nochmal kurz klarstellen, auch das Smartphone findet hier einen Platz in dieser Liste quasi. Aber man muss dazu sagen, dass diese Smartphones natürlich sehr unterschiedlich sind in der Bildqualität. Also es kann natürlich sein, dass dein Smartphone ein vielleicht günstigeres Smartphone ist und dementsprechend keine sehr, sehr hochwertige Kamera verbaut hat. Das P30 zum Beispiel oder das P40, aber auch die aktuellsten Samsung-Flaggschiffe oder die von Apple, die machen allesamt unfassbar gute Bilder mit extrem hoher Auflösung und dementsprechend sind die auch alle sehr, sehr gut zu verwenden. Warum das aber pauschal nicht immer gleich auch gleichzusetzen ist mit einer guten Allround-Kamera, dazu komme ich gleich nochmal in aller Kürze. Die Sache ist also, wenn ihr vielleicht ein 200 Euro oder ein 150 Euro Handy habt, dann kann es natürlich sein, dass eure Smartphone-Kamera nicht ganz dem entspricht, was ihr euch wünscht für die Berge an Bildqualität. Aber wenn ihr so ab 500, 600 Euro in die Handy, ja in die Handy-Rubrik reinschaut und euer Handy vielleicht ein wenig, eure Handy-Auswahl ein wenig nach der Kameraleistung auswählt, dann seid ihr definitiv sehr, sehr gut dabei. Und was für Vor- und Nachteile die anderen jetzt hier haben, das schauen wir uns jetzt im Detail an. In jeder Kamera befindet sich ein Sensor und dieser Sensor, der nimmt quasi das Licht, die Photonen auf, um daraus irgendwelche Informationen zu machen, die digital dementsprechend dann abgebildet werden. Und wenn es irgendwo dunkler ist, dann wird das dementsprechend abgebildet und wenn es irgendwo heller ist, auch. Also wenn nur die Sonne drauf scheint, ist es heller. Logisch. So, und diese ganzen Kameras haben unterschiedlich große Sensoren verbaut. Also die können relativ groß sein, die können auch ganz, ganz klein sein. Und dementsprechend ist das natürlich auch, naja, sagen wir mal Bauart abhängig. Also wir haben hier in einem Smartphone natürlich nicht viel Platz in so einer Kamera. Und dementsprechend müssen wir uns damit zufrieden geben, dass wir einen sehr, sehr kleinen Sensor dahinter versteckt finden. Wenn wir uns aber so eine große Kamera anschauen, das ist natürlich dann hier auch nochmal abhängig davon, ob das jetzt hier eine APS-C-Kamera oder eine Vollformat-Kamera ist. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber da steckt dann trotzdem ein deutlich größerer Sensor drinnen als in so einem Smartphone. Und dann gibt es natürlich hier auch nochmal diverse Abstufungen mit 1 Zoll Sensoren und so weiter. Warum ist das wichtig? Warum erkläre ich das gleich zu Beginn? Naja, der Sensor gibt maßgeblich vor, wie viel Licht aufgefangen werden kann. Haben wir gerade geklärt. Und dementsprechend können wir damit auch sagen, wie hell es sein muss, damit wir die gleiche Abbildungsqualität bei allen den verschiedenen Kameras kriegen. Das ist wichtig, denn wenn es jetzt gerade nicht unfassbar schön und hell ist, dann brauchen wir vielleicht eine künstliche Aufhellung, den sogenannten ISO-Wert. Achtung, hier wieder nicht zu viel ins Fachchinesisch verfallen. Wir sind ein Bergkanal und kein Kamerakanal. Dementsprechend brauchen wir dann künstliche Aufhellung sozusagen, um das Bild wieder in die gleiche Helligkeitsstufe zu bringen, wie wenn wir einen sehr großen Sensor haben, der sehr viel Licht, sehr viel Bildinformation aufnehmen kann aus den Photonen, aus dem Licht, das er letztlich bekommt. Das alles ist deshalb wichtig, weil die künstliche Aufhellung, also eine Erhöhung des sogenannten ISO-Werts, die findet übrigens auch hier statt im Smartphone, aber das passiert ganz automatisch, ohne dass ihr das jetzt einstellen müsst oder mitkriegt. Bei den großen Kameras macht man das dann entweder manuell oder automatisch. Und dementsprechend beeinflusst dieser ISO-Wert ganz maßgeblich die Qualität des Endprodukts, des Bildes. Das macht sich zum Beispiel in der Detailgetreue der Bilder bemerkbar, aber auch in dem Rauschverhalten. Wenn Bilder so typisch krisselig werden und so aussehen, wie einfach hässlich aussehen, ein Rauschen drin haben, dann ist das oftmals das sogenannte ISO-Rauschen. Kann auch andere Gründe haben, aber das ISO-Rauschen ist dafür normalerweise der Grund Nummer 1, gerade wenn es draußen nicht extrem hell ist, also wenn wir jetzt hier nicht mit Tageslicht zu tun haben. Die große Kamera hier, die kann das sehr gut. Klar, mit der ich jetzt hier filme, also die quasi mich gerade filmt, die kann das sogar noch mal viel besser, weil sie einen noch größeren Sensor verbaut hat. Aber wenn wir uns hier eine APS-C Kamera anschauen, dann die kann das schon sehr, sehr gut. Das heißt, die kann auch bei relativ schlechten Lichtverhältnissen in Innenräumen beispielsweise relativ gute Bilder machen. Und man unterschätzt das manchmal, wie hell es draußen im Vergleich zu herinnen ist, denn drinnen ist es normalerweise immer deutlich dunkler als das, was das Sonnenlicht hergibt, egal wie hell wir es jetzt hier herinnen machen. Dafür sind aber solche Kameras schon deutlich besser geeignet als so ein Smartphone. Die können das in der Regel nicht so gut. Und dann gibt es aber auch noch ein Zwischending. Viele Leute überlegen sich für das Bergsteigen, für den Bergsport als Kamera eine GoPro mitzunehmen. Ich persönlich bin, das ist eine ältere GoPro nicht mehr so der GoPro Fan. Ich bin mittlerweile ein Fan von der Firma DJI, aber das nur so nebenbei gesagt. Und die GoPros, die Action Camps, sagen wir es ganz allgemein, die haben natürlich einen riesengroßen Vorteil. Wenn sie mal runterfallen, macht nichts, die halten das aus, die haben damit kein Problem. Die sind, wenn man das möchte, auch in so einer Schutz, in einem Schutzrahmen befestigt, der die Bildqualität nicht beeinflusst, aber definitiv die Sicherheit beeinflusst. Und das ist absolut nachvollziehbar, dass man sowas haben will. Denn schließlich kann es ja schon mal sein, dass einem sowas runterfällt. Außerdem ist der nächste große Pluspunkt natürlich, dass wir hiermit auch sehr vernünftige Videoaufnahmen machen können. Und außerdem können wir mit unfassbar viel Zubehör nochmal die Sicherheit erhöhen, indem wir uns sie zum Beispiel hier an die Brust schnallen oder an den Helm kleben, so wie das ja alle mittlerweile machen müssen. Dementsprechend, da gibt es dann viele Möglichkeiten. Und deswegen ist das ein großer Pluspunkt für diese Action-Cams. Die kosten meistens die High-End-Modelle so zwischen 300 und 400 Euro. Die machen auch sehr passable Bilder. Dass das einen kleinen Nachteil hat, dazu komme ich gleich. Die sind auch vom Sensor her besser als die meisten Smartphones, aber immer noch nicht so gut wie die großen Kameras. Und dann gibt es hier natürlich noch die Digi-Cams als Mittelding. Die sind deutlich leichter teilweise als so ein GoPro-Setup mit so einem kleinen Stativ unten dran, beziehungsweise hier kann man ein Stativ ausfahren. Sind sogar leichter und bieten teilweise größere Sensoren als in den Action-Cams oder in den Smartphones. Und dementsprechend können sie auch bei schlechteren Lichtverhältnissen immer noch gute Bilder machen. Die Frage ist jetzt aber, wie relevant sind die Lichtverhältnisse für das Bergsteigen? Und das kommt jetzt ganz darauf an, was du tatsächlich bei deiner Bergtour vorhast. Bist du jemand, der gerne in der Sonnenuntergang fotografiert? Dann ist eine lichtstarke Kamera, ein lichtstarker Sensor, ein großer Sensor mit einem lichtstarken Objektiv absolut essentiell, um wirklich schöne Aufnahmen zu kriegen. Möchtest du auf der Hütte wunderschöne Fotos machen, die man auch ausdrucken und sich gerne an die Wand hängen will, dann ist ein großer Sensor mit einem lichtstarken Objektiv absolut essentiell. Und das alles muss aber nicht sein, dass es auf dich zutrifft. Es muss ja nicht sein, dass du das machen möchtest. Du könntest ja zum Beispiel einfach nur ein Tagestourengeher sein, der gerne schöne Fotos macht. Und die Wahrheit ist, und das ist eine Wahrheit, die viele Profi-Fotografen sehr schmerzt, das können diese Dinger mittlerweile verdammt gut, sofern man eben auf hochwertige Kameras im Smartphone schaut. Die können das richtig, richtig gut. Ich blende hier jetzt auch mal ein paar Bilder ein, die ein Smartphone kann. Ich bin übrigens ein großer Fan von Vollformat-Kameras, von APS-C-Kameras und so weiter. Trotzdem muss ich ehrlicherweise zugeben, die Smartphones, wie ihr sehen könnt, machen das schon richtig, richtig gut. Und selbst mit Digicams können, also selbst Digicams können manchmal mit der Smartphone-Qualität unter Umständen gar nicht mithalten. Also das ist teilweise schon ganz, ganz großes Kino, was hier die Smartphone-Hersteller ja, so an Geschützen auffahren. Insofern die Helligkeit, das ist natürlich etwas Subjektives. Also wenn ich immer nur bei Tageslicht fotografiere, dann tun es die kleinen Gerätschaften hier auch. Aber jetzt kann man sich natürlich fragen, was spricht denn konkret für so einen großen Brocken? Naja, einerseits natürlich die Sache mit dem ISO-Rauschen, das heißt mit der Sensorgröße. Das ist natürlich ein großer, großer Pluspunkt. Das haben wir jetzt ausreichend besprochen. Und dann wäre natürlich da noch die Möglichkeit der Wechselobjektive. Wenn ich bei einem Smartphone zoome, dann kann ich das nur in einem sehr beschränkten Ausmaß und irgendwann wird einfach das Bild quasi nur mehr zusammengeschnitten. Es ist also quasi nichts anderes, als wenn ich das Foto so gemacht hätte und dann im Nachhinein beschnitten hätte. Nichts anderes macht dann am Ende das Smartphone auch. Diese Kameras, die großen, APS-C Vollformat, also die DSLRs und DSLMs, die haben natürlich den Vorteil, ich kann jedes Objektiv da dran packen. Also ich will und auch in der Qualität macht sich das natürlich bemerkbar. Ich kann ein günstiges 100 Euro, 50 Millimeter Festbrennweitenobjektiv zum Beispiel dran schrauben. Dann habe ich eine schlechtere Abbildungsqualität, aber dafür ein sehr leichtes Objektiv mit einer Festbrennweite. Ich kann hier so ein großes, schweres, wirklich sehr, sehr schweres, hochwertiges Profiobjektiv dran schrauben. Ein 24, 70 Millimeter mit dementsprechend lichtstarkem, also ein dementsprechend lichtstarkes Objektiv. Sehr hochwertige Gläser, die hier verbaut werden. Das ist dann dementsprechend größer, schwerer, bulkiger, viel, viel teurer und so kommt man dann eben auch auf mehr Gewicht und da sind wir eigentlich auch schon beim großen Nachteil dieser DSLRs und DSLMs, denn die sind einfach groß schwer. Und selbst wenn ich hier mir einfach mal ganz ohne ein Objektiv jetzt dran zu haben, diese Kamera anschaue, das ist eine 80D, die gibt es natürlich kleiner, die DSLMs sind ein Stück kleiner, die sind einfach groß und auch nicht unbedingt leicht. Also die Frage ist halt schon, was will man lieber, wenn man sich hier dazu denkt, dass man hier auch noch ein Objektiv dementsprechend braucht. Also ob man das jetzt wirklich dabei haben muss oder haben möchte, das muss man dann letztlich natürlich für sich selber entscheiden. Es gibt aber eben schon einige Vorteile, gerade der Zoom, den man sich natürlich dazu kaufen kann, wenn man das jetzt leihenhaft formulieren möchte, der könnte natürlich für so eine größere APS-C oder Vollformat Kamera in DSLR oder DSLM Format sprechen. Bei den Action Cams gibt es ein großes Problem. Gehen wir das so ein bisschen der Reihe nach durch. Das große Problem der Action Cams ist, dass sie verzerren. Ihr kennt das sicher von den ganz, ganz dramatischen YouTube-Videos, die so einen Fischaugenblick entwickeln und dann sieht der Grat noch viel steiler aus und natürlich ist das für die Creator dieser Videos ganz großartig, weil ihre kleinen Wald- und Wiesenwanderungen damit aussehen, als wären sie auf einer sehr, sehr spektakulären Grat-Tour. Das ist für die sehr vorteilhaft. Für euch ist es natürlich ein großer Nachteil, denn ihr könnt die Bilder, die ihr seht, nicht wirklich einschätzen. Das gilt auch für Fotos, denn diese Dinger können natürlich auch Fotos machen, aber das Objektiv, da drin steckt quasi sowas, nur in ganz, ganz, ganz klein, das macht quasi, das ist genau das Gleiche, egal ob Filmaufnahme oder Fotoaufnahme, dementsprechend können auch die Bilder dementsprechend verzerrt sein. Im Prinzip läuft es immer darauf hinaus, dass man hier künstlich etwas produziert, was so in der Realität gar nicht zu finden ist. Und das ist natürlich etwas, was, und damit kommen wir zu den Digicams, die Digicams einen großen Vorteil erbringt gegenüber denen. In der Regel sind sie leichter, kommt natürlich auf die Kamera an, aber in der Regel sind sie nochmal ein Eck leichter als die Action-Cams und sie verzerren nicht so stark, je nachdem, was für eine Brennweite des Objektiv hat, das hier verbaut wird. Sie haben manchmal einen größeren oder meistens einen größeren Sensor als die Action-Cams. Das hängt natürlich auch davon ab, hat man eine sehr hochwertige Action-Cam, hat man eine günstige China-Action-Cam, das macht nochmal einen Unterschied. Aber in der Regel sind sie lichtstärker, in der Regel sind die Objektive, die dabei verbaut werden, etwas hochwertiger und sie sind nicht verzerrend, sondern sie bilden die Realität sehr, sehr gut ab. Das kann natürlich ein großer Vorteil sein. Außerdem ist auch die Auflösung in der Regel besser. Das heißt, wir haben hier meistens vielleicht sogar 24 Megapixel, vielleicht manchmal etwas weniger. Bei denen hier kommt es wieder auch ganz, ganz stark darauf an, was für ein Hersteller. Normalerweise 12 Megapixel, auch manchmal 24 Megapixel, aber das ist eher selten. Dementsprechend kann die Digi-Cam hier schon ein großer Vorteil sein, aber natürlich der große Nachteil, wenn sie runterfällt, ist sie wahrscheinlich unbrauchbar und kaputt. Aber wenn wir uns jetzt das Smartphone anschauen. Das Smartphone hat natürlich den großen Vorteil, wir alle 99% von uns besitzen eines und wir haben es also immer dabei. Wir müssen keine zusätzlichen Kosten in Kauf nehmen. Also die Smartphones, die haben eine sehr eingeschränkte Einsatzmöglichkeit, aber am Berg kann das in der Regel schon genug sein. Und gerade wenn wir so wie heute in den Smartphones zwei oder sogar drei Kameras verbaut haben, dann haben wir natürlich eine Masse an Auswahl der Abbildungsqualität und das in verschiedenen Brennweitenbereichen, dass es definitiv nicht mehr sehr viele Gründe gibt, zu größeren Varianten umzusteigen. Aber es gibt sie definitiv. Was ich hiermit sagen möchte, ist, dass viele Leute schwere Kameras, wie zum Beispiel so eine Canon 80D, aber auch eine Sony Alpha 7 A7 III oder noch größere, bulkigere, eine Canon 1DX Mark II oder 3 oder wie auch immer mitnehmen. Das hat oftmals keinen wirklichen Grund. Und das möchte ich euch deshalb sagen, weil es echt, echt schwere Geräte sind. Also wir kommen hier bei so einem schweren Objektiv auf 1,8 Kilogramm und hier kommen wir auf 300, 400 Gramm, je nachdem wie groß und wie schwer unser Smartphone letztlich ist. Also das ist ein riesen Unterschied und der kann natürlich eine Tour auch irgendwie vermiesen, so ein großer Gewichtsunterschied. Und wenn man aber nur bei Tageslichtfotos macht und gerade ohne Stativfotos macht, einfach quasi Schnappschüsse, Snapshots machen möchte, dann reichen so kleine Kameras wie die hier definitiv aus. Die großen, ich nehme sie trotzdem sehr, sehr gerne mit, die großen. Die Sony, die Alpha 7 III, aber auch diese anderen großen Kameras, die nehme ich trotzdem immer wieder mal gerne mit, wenn der Anwendungsbereich es dementsprechend erfordert. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so weiter. Alles wo ich Lichtspiele drin habe, überall wo es vielleicht mal dunkler ist, vielleicht in einem Klettersteig und so weiter, in Höhlen. Da habe ich einfach gerne so lichtstarke Kameras mit dementsprechenden Objektiven. Vielleicht auch einfach, wenn ich weiß, ich möchte auf der Bergtour XY ein Bild machen, dass ich mir in 50 Zentimeter mal 100 Zentimeter oder irgendwie so in diesem Format an die Wand hängen möchte und so weiter. Da weiß ich dann, ich möchte viele Megapixel, um eine möglichst gute Auflösung zu haben und ich möchte einen sehr, sehr lichtstarke, einen sehr, sehr lichtstarken und damit großen Sensor und ein sehr, sehr lichtstarkes Objektiv. Im Grunde genommen ist das aber die große Auswahl, die man hat. Die meisten von euch werden aufs Handy zurückgreifen, aber ich möchte hier nochmal sagen, gerade wenn ihr keine sehr tolle Smartphone-Kamera habt, diese Auswahl, gerade die zwei hier, die bieten sehr hohe Megapixel-Zeilen, also eine sehr hohe Auflösung, eine deutlich bessere, lichtstärkere Möglichkeit Fotos zu machen und damit sind sie definitiv eine Überlegung wert. Hier deutlich leichter und günstiger, hier deutlich schwerer und teurer, aber wieder mit vielen anderen guten Vorteilen. Und hier in der Mitte bleibt natürlich die Action-Cam, wo man sich immer fragen muss, will ich damit wirklich meine schönsten Bilder aller Zeiten machen oder von meiner Traumtour die Bilder machen. Ich weiß es nicht so recht. Letztlich ist auch das Gewicht und natürlich auch die Kosten, weil hier zahlen wir zwischen 1000 und 6.000, 7.000 Euro, je nachdem, was man kauft. Und hier zahlen wir vielleicht 600 Euro für eine sehr, sehr gute Smartphone-Kamera. Hier kommen wir bei 500 Euro auch schon zu sehr hoher Qualität und hier eben bei 300, 400 Euro. Also die Kosten sind eine Frage und natürlich auch das Gewicht. Wenn ich aber auf eine einmalige Bergtour in meinem Leben gehe, wenn ich vielleicht eine Expedition mache oder wenn ich einmal in meinem Leben den Jakobsweg besuchen möchte und da möchte ich Bilder machen, die ihresgleichen suchen und die ich dann verkaufen oder ausdrucken möchte, weil ich ganz, ganz tolle Erinnerungen haben möchte, dann ist es vielleicht schon eine Überlegung wert, zu den großen Kameras zu greifen. Die kleinen Kameras können eben bei Tageslicht sehr, sehr ähnliche, aber eben nicht gleichwertige Ergebnisse produzieren. In diesem Sinne, der Techniktisch hat sich diesmal, glaube ich, mal wieder voll gelohnt. Hier ist schon wieder viel zu viel gesagt worden, viel zu viel Technik. Deshalb schalte ich jetzt mal wieder zurück. Ihr seht, Kameras gibt es viele und es gibt auch viele Argumente für eine große. Ob ihr sie letztlich braucht, das entscheidet natürlich ihr für euch selber. Aber jetzt wisst ihr vielleicht, ob ihr für die Traumtour eures Lebens nicht doch lieber eine andere Kamera mitnehmt und welche sich für eure Unternehmungen lohnen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und geholfen hat. Wenn ja, ihr wisst Bescheid, ich kann nur kostenlos sein, weil du es möglich machst. Alle Infos dazu eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich, wie immer, eine wunderschöne Zeit und berghalt.